Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch, wo ein Team aus besonders hingebungsvollen Fans den neuesten Film- und Serien-Releases für euch, werthörende, fundiert und unterhaltsam bespricht. In dieser Ausgabe hört ihr Lasse und Sven. Hallo! Heute hören wir seltsames Klopfen in der Wand, bemalen Kürbisse, finden heraus, dass der Homelander einen echt miesen Vater abgibt und müssen ganz dringend zum Friseur. Ja, es geht um Knock Knock, Originaltitel Copweb, entstanden unter der Regie von Samuel Baudin, Lissi Kaplan, Anthony Starr und Cleopatra Coleman in den Hauptrollen. Hierzulande erscheint der Film am 1. Mai 2024. Nun Sven, worum geht es ganz grob gesagt in Knock Knock Knock? Also, der achtjährige Peter hört nachts immer ein mysteriöses und furchteinflößendes Klopfen hinter seiner Wand und versucht, hinter das Geheimnis zu kommen. Eine Lehrerin hält ihm dabei die Stange und ermutigt ihn, doch auch seine Eltern haben ein schreckliches Geheimnis. Ja, das trifft es ganz gut, ohne zu viel zu verraten. Dieser Film funktioniert am besten, wenn man so wenig wie möglich im Vorfeld weiß. Und ich wusste ein kleines bisschen etwas, was auch nicht sehr schwer ist, denn der Film kam bereits im Juli letzten Jahres in Amerika raus und entsprechend schwappte einiges davon hier hinüber. Er hatte einen limitierten Kinorelease und ging dort gnadenlos unter. Weißt du warum? Ja, ich glaube, das werden wir gleich erörtern. Der Hauptgrund war, er kam zeitgleich raus mit Oppenheimer und Barbie. Oh. Ja, das war natürlich doof. Das ist schade drum. Naja, und dann war er allgemein auf VOD und so weiter. Und hierzulande kommt er dann ja tatsächlich wohl in die Kinos, was ganz cool ist. Und ich hatte im Vorfeld auf jeden Fall hier und da ein paar gute Stimmen zu dem Ding gehört. Wusste nicht super viel. Bin sehr froh, dass ich nicht sehr viel wusste vorher, denn meiner kleinen bescheidenen Meinung nach ist das hier ein ziemlich cooler, kleiner, creepy Horrorfilm. Ernsthaft? Okay. Das wird eine interessante Besprechung. Ich mochte ihn tatsächlich sehr gerne. Das freut mich für dich natürlich. Nun, da bist du wohl anderer Meinung. Dann sage mir doch einmal deine Meinung und die Gründe dafür. Also ich wusste von dem Film tatsächlich gar nichts. Ich kannte den Regisseur. Ich habe auch Marianne auf meiner Netflix-Liste, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft zu schauen und ja, der Film, der hat viele Probleme, meiner Meinung nach. Oha, was wäre denn da etwas, was dir da sauer aufgestoßen ist? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es genau die Punkte sind, die ich vielleicht mochte. Also man muss sagen, die Story hält sich tatsächlich nicht lange auf. Es geht relativ schnell los und wir kommen auch relativ schnell zu diesem mysteriösen Klopfen und man merkt auch schnell, dass die mit den Eltern irgendwas, irgendwas nicht stimmt. Das fand ich gar nicht so art schlimm. Ja, es ist halt sehr lustig, wenn du Anthony Starr siehst als so Dad einfach, wo du dir denkst, ich war einfach, ihr besetzt ihn einfach so in der Vaterfigur und ein paar Minuten spielt da, dachte ich, ja okay, ich schnall, warum ihr ihn gecastet habt. Ja, ich mag Anthony Starr. Ich bin jetzt kein ultimativer The Boys-Fan tatsächlich, obwohl das schon so in meine Derbe-Richtung schlägt, aber ich mag ihn eher in Benji, da finde ich ihn wirklich mega gut und das macht mir unheimlich viel Spaß und ich hatte mich auch darauf gefreut, als ich gesehen habe, wer mitspielt und dachte, ja komm, allerhaupt, das kann jetzt nichts ganz so Schlechtes werden, aber der Film hat neben blassen Charakteren und einem katastrophalen Aufbau halt wirklich ein immenses Pacing-Problem. Oh, okay, Pacing war dein Problem. Ich fand nicht wirklich, dass das der Fall war. Ich habe ziemlich schnell begriffen, worauf der Film hinaus will im Sinne von Style. Und zwar glaube ich, dass der Film garantiert, ja, ich habe auch gehört, dass es viele Leute gab, denen hier und da einiges sauer aufgestoßen ist und ich glaube, die haben ihn eventuell mit den falschen Augen gesehen, denn der Film macht von Anfang an klar, dieser Film bemüht sich nicht darum, eine wirklich richtige Realität darzustellen, sondern ich glaube, man muss den sehen und verstehen als ein modernes Märchen, ein modernes Horrormärchen aus den Augen eines Kindes betrachtet. Und dann ergibt so vieles mehr, stilistisch und storytechnisch, sehr viel mehr Sinn, meiner Meinung nach. Man darf hier nicht nach Logik suchen. Nein, um Gottes Willen. Davon gibt es innere Logik, also innerhalb dieser seltsamen Story, die sie sich aufgebaut haben, ergibt alles so gesehen eigentlich Sinn. Aber nicht, wenn man es im Großen und Ganzen einer realistischen Welt betrachtet. Dann nicht. Was den Film interessiert, das sind halt, ja, creepy Szenen und eine ganz, ganz wundervolle visuelle Regie. Das habe ich gleich zu Anfang gemerkt. Das ist wirklich eine exzellente Kameraarbeit mit so ganz wundervoll, sie drehen die Kamera, es ist halt sehr dynamisch und sehr mächtig und alle Räume in diesem Haus wirken übergroß. Und das ist eben auch der Grund dafür aus den Augen eines Kindes, weil einfach dann alles sehr viel gruseliger aussieht und irgendwie immer alles sehr viel mächtiger ist. Es gibt diesen einen besonderen Shot, den ich absolut geliebt habe, wo der Junge sitzt auf der Treppe und seine Eltern sind im Nebenzimmer und unterhalten sich und das Licht aus dem Zimmer wirft deren Schatten gigantisch auf die Treppe und die Wand. Und das hat wirklich so gewisse, fast schon so Guillermo del Toro-Vibes, wo man so denkt, oh wow, also die geben sich richtig viel Mühe, das halt alles so super groß und creepy darzustellen. Und ich fand das dann alles tatsächlich ziemlich gelungen. Und ich fand nicht unbedingt, dass die Charaktere blass waren. Ich fand, sie waren durchaus, sie waren nicht unbedingt dreidimensional. Aber eben auch aus dieser Kindersicht betrachtet, finde ich, ergab diese relativ einseitige Charakterzeichnung durchaus Sinn, weil eben Kinder dann auch nicht so ganz dann diese komplexen Gedanken haben und alles immer so sehr offensiv wahrnehmen. Halt das, was am meisten so rausgekehrt wird von verschiedenen Figuren. Und das ist dann das, was sie am ehesten irgendwie als die Wahrheit verstehen. Ja, aber das war jetzt vielleicht so genug von mir. Was hast du denn da noch vorzubringen? Ja, es ist einfach so, dass ich mit dem Hauptcharakter, mit Peter, überhaupt nicht mitfühlen konnte. Ich habe über den Nichts erfahren. Ich habe über die Eltern Nichts erfahren. Du wirst einfach mitten reingeworfen. Es gibt für mich zumindest keinen schönen Charakteraufbau. Zu wenig, also zumindestens mal, klar, bei einem Horrorfilm. Aber ich muss mitfühlen können. Ich muss mitfühlen können und muss sagen, um Gottes Willen, geh nicht die Treppe runter. Um Gottes Willen, mach nicht die Tapete da weg. Oder sonst, ich hatte überhaupt keine Verbindung zum Charakter, weil ich von dem Charakter überhaupt nichts wusste. Und der war mir irgendwann auch ein bisschen egal. Der Rest, es ging mir genauso bei den Eltern. Klar, als Vielgucker hast du da natürlich schon ein anderes Gespür und sagst, okay, gut, mit den Eltern stimmt irgendwas nicht. So wie die in Szene gesetzt waren und so, das war alles wirklich gut. Aber ich wusste von denen nichts. Und am Ende des Films, den ich auch wirklich, also das Ende fand wirklich nicht gut, wusste ich noch viel weniger. Und es war mir so, ich habe das fertig geguckt und dachte, okay, das wird abgespeichert bis nach der Besprechung. Und heute Abend weiß ich von dem Film gar nichts mehr. Ich wüsste, könnte dir jetzt auch gar nicht groß eine Szene beschreiben, die mich richtig gefesselt und richtig gecatcht hat, wo ich gedacht habe, oh ja, daran werde ich mich erinnern, wenn jemand zu mir sagt, knock, knock, knock. Das, nun, da bin ich dann tatsächlich das genaue Gegenteil, weil hier sind einige Momente drin, die werden sich ewig in mich einbrennen. Weil ich nämlich auch gemerkt habe, dass bei vielen Stellen ein schlechterer Regisseur hätte daraus einen Jumpscare gemacht. Und es gibt Jumpscares in dem Film. Längst nicht so viele, wie ich befürchtet hatte. Und die sind auch sehr, sehr gut gesät. Aber es gibt auch relativ früh viele Stellen, wo ein schlechter Regisseur dann, oh, buh, und so weiter. Aber nein, das wird anders aufgelöst und eben richtig gut. Und es gibt so bestimmte Momente, gerade wenn dann das, was, also man kann so gesehen etablieren, da ist etwas in der Wand. Etwas oder jemand ist in dieser Wand, was raus will. Und irgendwann kommt es natürlich raus. Und gerade die Stelle, wenn quasi eine Tür geöffnet wird und dort aus dem Dunkel kommt etwas, da habe ich wirklich richtig Angst gekriegt. Weil man hört einfach nur atmen und man hat diese Ahnung von Augen. und das war einer von den wenigen Filmen. Weil normalerweise bei dieser Art von Film, da wartet man ja auch auf den Money-Shot. Von halt, okay, wie genau sieht das Ding aus? Und so weiter und so fort. Also irgendein Detail-Shot wird es dann ja geben und so weiter. Das ist einer von den wenigen Filmen, wo ich die ganze Zeit dachte, ich will es nicht sehen. Ich will es wirklich nicht sehen. Ich hatte wirklich ganz schön Bammel davor. Es liegt auch mit daran, dass ich ihn dann auch zur späten Stunde geschaut habe, weil es einfach zeitlich nicht anders ging. Normalerweise versuche ich immer darauf zu verzichten bei Horrorfilmen. Aber diesmal habe ich dann wirklich kurz vor dem Schlafengehen geschaut. Und das war in dem Sinne, da hat natürlich der Wirkung noch sehr viel mehr geholfen. Und ja, und ich fand entsprechend das alles extrem memorabel und konnte dann auch halt über diese seltsamen Dinge hinwegsehen, wo dann halt, ja, Dinge nehmen keinen realistischen Verlauf, aber Dinge, fand ich, werden gut vorbereitet und haben ein nettes Pay-Off. Und ich habe es einfach halt verstanden als dieses extrem getwistete, düstere, finstere, moderne Märchen, wo Logik eher zweitrangig ist und es halt um die Vibes geht und um die kleine, fiese Story, die sie hier erzählen wollen. Und ja, unter diesen Gesichtspunkten, finde ich, hat das alles sehr gut funktioniert. Und was eben irgendwie fehlende Charakterzeichnungen angeht, gerade bei dem Jungen, ich finde, das wird alles ziemlich gut visuell rübergebracht, weil sie ihn halt zeigen in seinem Schulumfeld, halt so, ja, ein bisschen ängstlich und so weiter und geduckt und er wird gemobbt und so weiter. Und eben halt auch diese blühende Fantasie. Ich fand, das kam so alles durchaus rüber und es sind ziemlich, es sind ziemlich tighter Running Time auch, wo es nicht wirklich halt irgendwie, oh, hier ist Filler oder wie auch immer, sondern, ja, also ich fand einfach, das hat sich dann alles richtig gut weggeguckt. Und ich finde auch, was ich noch erwähnen muss, es ist ein großartiger Halloween-Film, weil die Halloween-Vibes sind extrem stark hier mit den Kürbissen und dann findet es auch tatsächlich in der Halloween-Nacht statt und so weiter. Ich finde, das haben sie alles sehr schön gemacht. Ach ja, nein. Ich kann dir leider nirgendwo beipflichten. Es ist halt auch den interessanten Aspekt, den sie so am Anfang haben zum Beispiel, ist die Stimme versucht, also versucht ihn ja auch zu beeinflussen. Das ging mir alles viel zu schnell. Und den Bulli, den mochte ich ganz gern. Man sieht ihn nämlich auch direkt an, von wem er abstand. Und zwar ist es Luke Busey, der Sohn von Gary Busey, der ja auch immer gern den Bulli spielt. Und das fand ich gut. Aber der wird kurz eingesetzt und dann verschwindet er und taucht am Schluss wieder auf. Und auch dieser Mobbing-Aspekt war mir über, also ich fand das überhaupt nicht gut ausgearbeitet und ich war wirklich, ich war wirklich auch entsetzt, dass der 2018 auf der Blacklist der besten unverfilmten Skripte stand. Also da habe ich echt Schiss gekriegt und dachte, um Himmels Willen. Also wenn ihr das gut findet, will ich nicht wissen, was das Zeug ist, was nicht gut ist. Also ich hatte null Vibes. Und was ich ganz nett fand, war so der kleine, der kleine Sidekick. Und zwar die Stadt heißt ja Holdenfield. Das erinnert einen schon so ein bisschen auch mit den Halloween-Kürbissen und allem drum und dran an Haddonfield. Was ja die Stadt ist, wo Michael Myers sein Unwesen treibt. Ja. Aber ja, ich... Das kann durchaus eine beabsichtigte Hommage sein in dem Sinne. Ich habe mir auch abends angeguckt und habe gedacht, so jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe auf guten stimmigen Grusel und auch die Jumpscares, die waren alles so vorhersehbar und ich war wirklich gelangweilt vorne dran gesessen und dachte, ach, das ist so schade. Da hätte der echt ein bisschen besser was draus machen können. Also zumindestens ist das meine Meinung. Nun, ich meine, es ist deine Meinung und es ist absolut nicht weniger valider als meine. Es ist schade, dass der Film so für dich nicht funktioniert hat, weil ich fand ihn wirklich halt durchweg extrem stimmungsvoll, extrem creepy auch. und gegen Ende auch, dann kommt es so zu überraschenden Brutalitäten, womit ich so auch nicht dann wirklich gerechnet hatte. Und es wirkt so ein bisschen, wenn ich einen Kritikpunkt habe, dass das Finale, so wie es aufgebaut ist, wirkt so ein bisschen wie, oh, jetzt karren wir hier den Bodycount heran. Also wir brauchen jetzt quasi eine Ausrede dafür. Ein bisschen hatte das so diese Vibes, aber ich fand dann, das entsprechende Payoff war dann eigentlich ganz nett. Und ich mochte die, ich mochte wie gesagt halt auch alle Schauspieler sehr gerne. Den Peter Wurdy Norman, den kannte ich auch vor dem letzten Jahr. Er spielte dort nämlich den Schiffsjungen in The Last Voyage of Edemeter. Den fand es gut. Oh ja, ja, entsprechend hat er ja auch Horror-Aufragung. Lissy Kaplan sieht man ja in sehr, sehr vielen Sachen. Ich finde sie nicht immer super überzeugend in so Comedy-Sachen. Ich finde sie immer sehr viel besser in dramatischem Zeug. Und ich finde, hier macht sie da auch einen richtig guten Job. Sie hat diese großen, ausdrucksstarken Augen. Und sie ist halt einfach, sie spielt einfach so total wahnsinnig und extrem einschüchtert. Ich meine, Anthony Starr, dass er einschüchternd sein kann, wissen wir alle. Und es gab diesen einen, und das möchte ich erwähnen, es gibt diese eine Sequenz, wo sich dann später rausstellt, oh, es ist eine Traumsequenz. Aber ich wusste nicht, dass es eine Traumsequenz ist, weil der Rest des Films ist halt auch so stylisch inszeniert. Und da gibt es diese eine Traumsequenz, wo er da so creepy in der Ecke steht und die Augen flattern. Und ich dachte kurz, ist der Twist, dass die Aliens sind? Darauf läuft es dann nicht hinaus. Aber ich dachte kurz, oh Gott, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden bin. Aber dann ist das nicht der Fall. Ja, und ansonsten halt, es ist ein sehr, das Konzept selbst, weil wenn ich jetzt, wenn wir jetzt im Detail alle Sachen aufzählen würden, die so in dem Film vorkommen, da würden viele sagen, oh Gott, ist das ein Klischee. Und höchstwahrscheinlich, denke ich mal, du hast es auch so empfunden. Aber für mich, finde ich, hat dieses Zusammenspiel dieser besonderen Klischees, ich finde, die haben dem allen irgendwie das Maximum abgewinnen können. Halt das Konzept mit einem Wesen oder einer Person in der Wand. Mit Eltern, die ein Geheimnis haben und so weiter und so fort. All diese Dinge, ich finde, die wurden hier einfach richtig schön verbunden. Eben auch vor allem, wovon der Film lebt ist, die Art und Weise, wie es inszeniert ist. Ich fand die Musik extrem gelungen, was mich auch überrascht hat. Das hat auch diesen extrem so Oldschool-Märchen-Vibe mit Kindergesang und Glockenspiel und all dem. Und ja, also insgesamt, ich konnte, ich kann tatsächlich nicht super viel drüber meckern. Eben auch halt, und das Ende ist ein bisschen überraschend, so gesehen. Es ist, weiß nicht, einige würden es vielleicht überhastet nennen, aber ich finde, das ist so der perfekte, diese perfekte, da wird so diese Atmosphäre drauf besporen von, oh, das ist jetzt die Creepy-Lagerfeuer-Märchengeschichte. Und wir brauchen jetzt so dieses Ende, um alle halt mit diesem richtig fiesen, mulmigen Gefühl zu entlassen. Und ich finde, das hat entsprechend ganz gut geklappt. Beim Ende war es wirklich so, ich hab so gedacht, jetzt ist es vorbei. Und dann war es tatsächlich auch vorbei. Es liegt aber, denke ich, auch daran, dass ich einfach in der Sparte schon wirklich unheimlich viel gesehen habe. Das kann gut sein, dass es für Leute, die nur ab und zu mal sich einen Horror-Gruselfilm angucken, dass es da wunderbar funktioniert. Es ist auch toll, dass es bei dir funktioniert hat, aber ja, ich war zwischendrin einfach gelangweilt und dachte, das hätte man ein bisschen anders da machen können, weil die Werkzeuge sind da, aber ich finde, der benutzt sie nicht richtig. Ja, das Ding ist halt, würde es nicht so blutig werden im Finale, würde ich fast sagen, der Film hätte sich sehr gut geeignet als so eine Art von Gateway-Horrorfilm für jüngere Zuschauer. Wenn das alles nicht wäre, mit diesem blutigen Zeug dann am Ende, mit dem Bodycount und so weiter, dann finde ich, hat er das größtenteil so diese Vibes von, oh, das ist der Gateway-Horrorfilm für jüngere. So ähnlich wie zum Beispiel Gremlins und sowas. Aber dann letztendlich, ja, das ist dann in dem Sinne halt so, weil es ist ein R-Rating dann doch und wo man sich denkt, hm, okay, ein bisschen schade drum. Weil ich finde halt, gerade für etwas jüngere Zuschauer, die noch nicht so viel Horror-Erfahrung haben, würde das noch extrem viel besser funktionieren. Und ich habe mich echt gegruselt wie verrückt. Dann auch gegen Schluss. Ich fand dann auch halt, ganz am Ende, finde ich, zeigen sie vielleicht ein bisschen zu viel, weil ich finde, größtenteils macht dafür, wenn letztendlich halt das Wesen, die Person so losgelassen wird im Haus. Ich finde, die machen einen sehr guten Job, durch Schnitte und die richtigen Kameraeinstellungen wirklich so Details zu verstecken. Das geht immer alles ziemlich schnell und ich finde, das war alles immer richtig gut gemacht, weil sie sich wahrscheinlich auch dessen bewusst waren, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu, weiß nicht, sie sähe vielleicht ein bisschen albern aus. Und wenn dann letztendlich das Ding enthüllt wird, das ist auch in diesen extremen Close-Ups, wo ich denke, oh ja, gut, ja, ja, sie kriegen es richtig hin. Aber dann ganz am Schluss zeigen sie ein bisschen zu viel, wo ich mir dachte, das ist jetzt ein bisschen, das wird jetzt so ein kleines bisschen albern. Aber wie gesagt, nur, das ist wirklich halt Erbsenzählerei aus meiner Sicht, weil ich, ich fand, dass das Ding war, ich fand das Ding wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Das freut mich für dich. Das freut mich für dich. Nein, ich fand, am Ende, als da dann der Bodycount dann ein bisschen in die Höhe geschraubt wird, dachte ich, ja, gut, okay, ja, schauen wir mal, was er draus macht. Aber, ja, es wirkte für mich einfach, einfach zu aufgesetzt. Also, jetzt wirklich so, jetzt müssen wir halt noch ein bisschen, optisch noch ein bisschen an der Gewaltschraube etwas kurbeln. Es ist nicht immens hoch, aber es gibt da, ja, okay, gut, es gibt da ein, zwei nette Kills, ja, gut, aber, das hat es für mich auch nicht irgendwie jetzt aufgewertet, sondern ich war eher da gesessen und dachte, naja, okay, ja, oh ja, das ist nett. Oh ja, ist vorbei, sehr schön. Ja. Ich verstehe da durchaus deine Vorbehalte. Also, ich kann absolut die Punkte, die du ansprichst, kann ich absolut nachvollziehen. Aber, ja, wie gesagt, wenn man, also aus meiner Sicht, wenn man das wirklich aus diesem Blickwinkel betrachtet, das soll dieses moderne Schauermärchen sein, aus den Augen eines Kindes, da finde ich, funktioniert das alles, sehr viel mehr. Ich war sehr überrascht, am Anfang, im Vorspann, weil eine der Produktionsfirmen, Point Grey, wo ich dachte, oh, fuck, denn Seth Rogen und Evan Goldberg haben die mitproduziert, wo ich mir denke, okay, dann hatten die wohl auch halt Faith in dieses Skript, weil das wirkt nicht wie etwas, was sie sonst irgendwie betreuen würden, weil größtenteils sind sie eher dann so in Richtung halt derbe Komödien und sowas. und hier sind auch keine so Point Grey Usuals irgendwie in so einem kleinen Auftritt oder so versteckt, sondern einfach nur, oh ja, hier, Geldgeber, weil, ey, wir mögen das Skript und so weiter und das ist cool, das ist schön. Ich finde auch dafür, dass die höchstwahrscheinlich, ich meine, die hatten wahrscheinlich nicht das größte Budget, aber ich finde, da machen sie noch, also mir ist halt wirklich kaum irgendwas aufgefallen, wo ich mir denke, oh, das war jetzt irgendwie billig oder sowas. Ich finde, die haben hier wirklich, Horrorfilme werden allgemein für ein kleineres Budget produziert und ich finde, das haben sie ja ganz wunderbar genutzt. Ich finde, der Film ist extrem stylisch gefilmt, ich finde, er ist sehr, sehr gut gespielt. Die Story ist simpel, aber ich finde, sehr, sehr schön rübergebracht mit, ja, mit einiger in Exposition, aber ich war die ganze Zeit echt dabei und wollte gerne wissen, okay, okay, was packen, was schütten sie jetzt aus dem Ärmel und, ja, fand es extrem gruselig stellenweise und in dem Sinne hat der Film dann genau das geschafft, was er dann auch machen wollte. Dieses fiese, kleine, teilweise sehr Sam Raimi-artige Horror-Ding, was ich mir sehr, sehr gerne auf jeden Fall noch einmal anschauen würde mit jemandem, der ihn noch nicht gesehen hat. Also man muss ja auch sagen, dass der unter Covid gedreht worden ist, deswegen ist es ja auch relativ minimalistisch gehalten, also der Cast ist jetzt nicht immens groß und du siehst die Leute auch sehr, sehr isoliert. Das, ja, kann auch gut funktionieren, gerade so für das Haus, aber ich, ja, wie gesagt, der hat für mich einfach keine Atmosphäre groß aufgebaut. Sie haben, ja, sie haben viel verschenkt und, ja, ist, ist halt wie es ist. Ja, ich meine, ist fein, halt schade, dass es für dich nicht funktioniert hat. Ich hatte echt sehr viel Spaß damit und letztendlich bleibt es jetzt unseren Hörenden überlassen, wem sie dann vielleicht ihr Glauben schenken würden oder aber lasst es einfach drauf ankommen und ihr glaubt nicht so dieser oder jener Richtung und schaut einfach selbst und bildet euch eure eigene Meinung. Das wäre auch eine Idee. Ja, das auf jeden Fall. Hättest du sonst noch irgendetwas abschließend zu sagen, was du gerne loswerden würdest? Ähm, nö, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich loswerden wollte. Ah, na dann. Alles gut. Dann haben wir in diesem Fall für Copweb oder, ich muss ansprechen, Knock, Knock, Knock ist ein Scheißtitel. Ich mag den Titel gar nicht, zumal nämlich das Klopfmotiv eigentlich nur in der ersten Viertelstunde wirklich eine Rolle spielt. Und, weiß nicht, man hätte sonst was damit machen können. Also, ich finde, Copweb ist, ähm, allgemein betrachtet, ist zwar ein kryptischer, aber sehr passender Titel, ähm, im Englischen. Äh, und, äh, Knock, Knock, Knock ist so, ist wirklich so generisch, wie es nur geht, einerseits. Und andererseits will ich wirklich nicht an einen schlechten Eli Roth-Film erinnert werden. Ja, es stimmt schon. Also, ich fand auch die, die Eindeutschung sozusagen oder der deutsche Titel etwas komisch, aber, wenn man dann halt sich die Übersetzung anguckt könnte, dachte ich mir, ja gut, vielleicht verrät auch einfach der Originaltitel etwas zu viel. Ja, ich weiß nicht, es ist, wie gesagt, es ist, es ist, äh, es ist vage und gleichzeitig, gleichzeitig vielsagend genug. Ja, man hätte auch, man müsste auch keine absolut genaue Übersetzung, halt, man hätte irgendwas anderes machen können. ich habe keine Ahnung. Ähm, das, das, weiß nicht, weiß nicht. Family Matters. Hahaha. Das wäre richtig fies. No way, no way. Da kommt irgendwann, da kommt irgendwann Steve Urkel noch mit rein. Das ist das ganze Gemetzel, am Schluss kommt Steve Urkel rein. Did I do that? Das hättest vielleicht nochmal ein bisschen aufgewertet. Tschüss. Das wäre ein paar Punkte. Jaleel White als Steve Urkel. Oh Gott. Nun ja, ähm, dann haben wir jetzt, äh, eine, eine sehr zweigeteilte Meinung, was ja auch immer interessant ist. Ich spreche meine definitivere Empfehlung aus und du eben nicht. Genau. So soll es sein. Dann hoffe ich, dass ihr, ja, euch gerne eure eigene, eure eigene Meinung bilden wollt. Ich schätze mal, es wird auch so ein eher limitierterer Kino-Release. Ich wünsche halt wirklich, die würden den eher zu Halloween rausbringen, weil ich finde, da passt er super rein aus offensichtlichen Gründen. Aber nun gut, ähm, und sonst catch ihn irgendwann auf DVD, hoffe ich jedenfalls. Vielleicht habt ihr genauso viel Spaß wie ich oder aber vielleicht seid ihr genauso wenig davon überzeugt wie Sven. Das bleibt dann euch überlassen. Wir auf jeden Fall danken euch sehr fürs Zuhören und hoffen, ihr habt einen schönen Tag und schöne weitere Tage mit allen Filmen und Serien, die ihr so guckt. Ich war Lasse und mit mir zusammen war der Sven. Ciao, ciao, viel Spaß. Bis dann, tschüss, tschüss und schlaft gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.